Hey Leute, willkommen zurück bei Fallout und unserem neuen Zuhause, wie ihr es am Rattern schon hört. Wir haben, ich habe ein bisschen Schrott geholt und den hier gebaut. Und somit können wir mit gutem Gewissen hier uns wieder auf die Straße, ah verdammt nochmal, auf den Weg machen wollte ich sagen. Okay, passt zur... Verdammt nochmal. Naja, okay. Okay, hier ist nachgeladen, hier ebenfalls. Okay, gut, 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 gut. Wir sind wieder bereit. Ach, was ich euch noch zeigen wollte. Was wir im letzten Part bekommen haben, sind diese Nuka-Granaten. Seht euch den Schaden an. Seht euch den Schaden an. Damit sind wir gut gerüstet, würde ich meinen. Für die eine oder die andere Überraschung. Wartet, was zur... Was ist das? Was zur... Was explodiert hier? Ich hoffe nicht unser... Äh... Gebautes... Wie sagt man? Unser... Unser... Unser Geschützturm. Danke. Danke. Naja. Kingsport. Der Hafen des Königs. Hahaha. Wie könnte es denn passender sein? Wie könnte... Wie könnte... Ach, das war der... Okay, das ist wohl wegen der Mine, die wir hochgehen ließen. Naja. Dann haben wir hier noch was. Wer... Wer sind hier unsere Nachbarn? Was haben wir hier? Okay. Long Neck Lukowskis Konservenfabrik. Okay. Falls wir jemals hier hin müssen, wir haben jetzt den Schnellreisepunkt. Was zur Hölle? War das eine Möwe? Gibt's die noch? Haben die den Atomschlag überlebt? Die Kakerlaken der Lüfte, wenn ihr mich fragt. Haha. Okay. Es sieht wundervoll aus hier. Oh! Oh, verdammt. Okay. 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 Verdammt nochmal. Oh, shit. Was zur... Okay. Meierlerk, du kümmerst dich hier darum, während ich... ...mich hier versuche zu distanzieren und nachlade. Okay. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Meierlerk, Jäger. Oh, shit. Ich hänge fest. Verdammt. Okay, gut. Das muss reichen. Gott. Okay. Das... Jetzt... Jetzt auch das noch. Ein Wachbot. Verflucht. Gut, haben wir den Fat Man dabei. Denn, äh... Wir spielen ja immer noch auf schwierig. Und ich sag euch, wie's ist. Der hätte uns einfach mal getötet. Meierlerkfleisch. Das kann mir gestohlen bleiben. Gut. Dann bewegen wir uns weiter in die Richtung. Okay. Nuka. Du hast mir gesagt, ich soll nicht immer auf alle Roboter schießen. Du siehst. Ich tue es nicht. Aber der hier wirkt ziemlich aggressiv. Kehren Sie nach Hause zurück und warten Sie auf weitere Anweisungen. Okay, warte. Lass mich kurz... Zivilist. Es herrscht Ausgangssperre. Kehren Sie umgehend nach Hause zurück. Ich würde dich gerne überreden. Eine Ausgangssperre? Auf Anweisung von Interimsgouverneurin Graham wurde das Kriegsrecht ausgerufen. Wer ist denn das? Gemäß Kriegsrecht Paragraf 12.j sind Subjekte, die sich einer Ausgangssperre widersetzen, umgehend zu liquidieren. Ich wiederhole. Werden Sie sich fügen? Äh, absolut. Lass mich durch. Es geht um wichtige militärische Angelegenheiten. Analysiere Stimmenmuster. Vertrauensbereich 60%. Positiv. Sie dürfen passieren. Yes. Nuka. Danke für den Tipp. Hahaha. Achtung an alle Bürger. Ab sofort herrscht eine Ausgangssperre. Okay, warte. Trotzdem bin ich mir nicht sicher, ob mich der Wachbot hier angreifen wird. Ich, ich, ich hab dir nichts getan. Ich, oh, verdammt. Okay. Natürlich tut er es. Natürlich tut er es. Na. Na, toll. Sorry, Hancock. Oh, verdammt. Okay. Tja, das hat dann eben doch nicht ganz so viel gebracht, wie ich mir erhofft hatte. Du sagst es. Du sagst es, Hancock. Das find ich super. Ich find es super, dass du mir auch nicht böse bist, dass ich dich die ganze Zeit mit Atom, Mini-Atombomben beschieße. Aber naja. Aber naja, du bist ja schon ein Ghoul. Von daher. Von daher. Verdammt nochmal. Okay. Werden die Wachbots respawnen? Wenn ja, haben wir ein Problem. Haha. Oh, shit. Ah ja. Gut. Oh. Mr. Gutzi. Oh, verdammt nochmal. Ich schieße auf alle Robotoren. Robotoren. Verdammt. Ich weiß doch, dass du in die Luft fliegst. Oder nicht? Ne. Du nicht. Gut. Gib mir alles. Das ist super Zeug. Warum? Warum tust du das? Komm her. Komm her, Katze. Komm her. Komm, ich würde gerne weiter. Oh. Jungs. Kommt ihr mir zu Hilfe? Oder? Oder was? Oh, verflucht. Das ist gefährlich hier. Wenn ihr mich fragt. Brennstoff. Oh, yes. Okay, Red Axe. Ich hatte auf Granaten gehofft. Aber naja, wir nehmen's. Wir nehmen's. Nachdem die Kinder des Atoms uns doch gefordert haben. Verdammt nochmal. Holy Moly. Das zwirbelt da drin. Können wir den öffnen? Nein. Schade. Aber dann eben nicht. Dann eben nicht. On the road again. Na, 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 na. Könntet ihr etwas leiser sein? Wartet. Würden wir hier hinten was Tolles finden? Ist hier irgendwie eine Form eines Durchgangs, wo wir weiterkommen würden? Nein. Okay. Aber wir haben Hancock wieder dabei. Das ist doch auch was. Da hat sich der Umweg ja beinahe schon gelohnt. Oh. Stürzt ihr ab? Oder was macht ihr? Niemand weiß es. Niemand weiß es. Gut. Da! Ich hab dich nicht gesehen. Ich hab dich nicht gesehen. Bist du alleine? Dass es das doch gibt. Okay. Ruhig. Es ist nicht unser Kampf, Hancock. Es ist nicht unser Kampf. Wir bleiben... Wir bleiben ruhig. Wir bleiben ruhig. Auch hier. Power Rüstung. Power Rüstungsstation. Na gut. Komm. Komm, Hancock. Wir gehen hier weiter. Wir müssen hier hinten was entdecken, um die Wachbots in Zukunft rumzukommen. Wartet. Hier gibt es... Hier gibt es eine Polizeistation. Okay. Sheriff Dienststelle. Kann ich dir irgendwie helfen? Aspirant der Bruderschaft. Du bist beinahe tot, mein Lieber. Kai in Nahhand. Kann ich hier irgendwie noch was machen? Es sieht aus, als hätte die Bruderschaft hier für uns ziemlich gut geklärt. Das finde ich super. Kai. Ritter der Bruderschaft. Ist das der... Oh, das ist der Runner? Verdammt nochmal. Das ist jetzt natürlich etwas ungünstig. Das ist jetzt ungünstig. Ah ne, wir müssen den doch ausschalten, richtig? Wir sind nicht allein. Raider Ödländer. Muss ich den nicht ausschalten? Ich dachte, ich müsste den ausschalten. Wartet. Was ist... Was ist die Quest? Äh, Daten. Triff dich mit dem Runner. Oh. Gut. Okay, wir schicken hier einfach die Bruderschaftsleute vor. Wir schicken die vor. Die sollen sich da mit den Typen auseinandersetzen. Und wir profitieren dann einfach davon. Weil... Ich gehe davon aus, die werden sich nicht freuen, wenn ich hier ihre Leute töte. Richtig? Ritter. Der Ritter hier. Keine Ahnung. Das ist nicht gut, meine Freunde. Das ist nicht gut. Er muss... Er muss eines natürlichen Todes sterben. Wo ist eigentlich der Aspirant? Hat es der geschafft hier? Oder hat es den erwischt? Ah, es sieht aus, als würde er noch leben. Oder irgendwo anders rumliegen. Oh. Raider. Ah, verdammt. Ich habe... Okay. Gut. Haben wir eine Impro-Pistole. Okay. Ah, es hat ihn erwischt. Es hat ihn erwischt. Okay, wartet. Wir speichern kurz. Äh. Polo-Market erstellen in einem Bruderschaft. Gib mir die. Lasergewehr. Na, okay. Da mehr. Ah, das ist ein legendärer Raider. Verflucht. Okay, wartet. Ah, das sieht auch wieder nicht gut aus mit unserer Energie. Ja, shit. Und... Die Schüsse hier, die machen keine Geräusche, oder was? Okay, wartet. Lass mich... Hier kurz was klarstellen. Ich bin nicht hier... um zu verhandeln. Tu es. Tu es, mein Freund. Okay, wartet. Wo ist der legendäre Typ? Hier. Das ist eine Leiche. Okay. Ein Glock. Sitzt ein bisschen. Wo ist wer? Holy moly. Was ist hier alles passiert? Ah. Verdammt nochmal. Okay, wir versuchen es nochmal. Wir haben ja genügend Schuss. Wir haben ja genügend Schuss. Yes! Der war legendär, Leute. Okay. Und dann haben wir hier oben noch einen Trottel. Wie kann ich den nicht... Ich bin der Meinung, den getroffen zu haben. Kreuzschlüsse. Du wolltest den Nahkampf? Okay. Ich hab doch Zeit. Ich hab doch Zeit. Ich hab doch Zeit. Ich hab doch Zeit. Okay, wo bist du? Warum lass ich mir keine Zeit? Weiß das jemand? Dankeschön. Okay. Wer schießt denn hier noch? Hier. Was ist hier unten? War das der Vertibird oder was? Okay. Wo war der Runner? Lebt der noch? Was war das? Was zur Hölle liegt hier alles rum? Ich will erst erkunden. Okay. Ich komme dann gleich. Ja, Kaffeekanne. Die interessiert mich nicht. Aber das hier ist auch cool, muss ich sagen. Holy moly. Das ist auch riesig hier. Gib mir alles. Okay. Was haben wir hier noch Schönes? Einfach einen anderen... Einen anderen Weg oder was? Was tust du hier draußen? Genießt du... Ne. Okay. Was auch immer das soll hier. Ich habe keine Lust zu dir da rauszukommen, mein Lieber. Sonst... Ich weiß doch, das zwirbelt wieder. Ich weiß doch, das zwirbelt wieder. Komm her. Komm hier raus. Oh, verdammt nochmal. Okay, wohl. Das macht gar nichts. Das macht nicht viel. Oder war das deine Idee hier ein bisschen abgeschieden mit mir zu reden? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was du von mir willst. Okay. Verdammt, siehst du? Du musst der Runner sein, der nicht treffen soll. Ja, direkt hinter Ihnen, Sir. Gut. Dann komm her. Dann komm mit. Ich habe mich hier extra für dich ins Wasser. Ins Wasser hinausgewagt. Da denkt er, es sei was Besseres. Nur weil es bei ihm nicht so zwirbelt wie bei mir. Okay. Gut. Dann... Hancock. Gut. Du bist dabei, weil... Wir sehen uns noch ein bisschen um. Wir kommen ja nicht gleich wieder her. Richtig? Weil der... Der Runner ist für nichts. Der Runner ist für nichts. Wer hätte... Wer hätte es gedacht? Okay. Hancock, hör zu. Du wirst gleich beladen. Gib mir das alles. Hancock. Ah, hier ist der Runner. Hancock. Für dich. Warte. Des Mutantentöters Raketenwerfer. Hier für dich noch eine Gamma-Kanone. Und die Impro-Pistole. Und dann trag das, trag das, trag das, trag das, trag das und trag das. Ja. Was zur Hölle. Wer ist, woran jetzt gestorben? Gut. Wir wagen uns hinein. In das Todes-Schlund hier. Wer treibt da davon? Wartet. Wie kommen wir... Oh, verdammt! Des Jägers Kampfgewehr. Oh, gegen Tiere? Ah, ja. Sturmgewehr. Robust. Amt. Äh, wir ertrinken, richtig? Verdammt, ich komme nicht hoch. Okay, das ist jetzt, das ist jetzt etwas schwieriger. Gut. Okay, wir sind draußen. Wir sind draußen. Aber du warst doch der Legendäre. Du hast auch was. Ah, Jagdgewehr. Doppelschuss. Doppelschuss. Feuert ein zusätzlich... Gut, das haben wir bereits. Ähm, daraus haben wir unser Scharfschützengewehr gemacht, soweit ich mich erinnere. Robust. Abgehärtet. Metallrüstung kannst du behalten. Okay, wir haben ein bisschen viel... Oh, verdammt. Ein bisschen viel Red, wenn ihr mich fragt. Experte. Ja, wir haben ja Zeit, richtig. Verdammt, nochmal. Ein bisschen Bruderschaft hier. Okay, gut. Wir nehmen hier alles mit. Ja. Medex. Sehr schön. Jet. Redex. Glasschale, die dürft ihr behalten. Und den Save plündern wir natürlich auch noch. Na. Schön. Gib mir alles. Kampfrüstung. Du trägst zu viel. Okay, wir sind wieder zu schwer. Henki. Hey. Ich, ich... Ich hab vieles für dich. Ich hab vieles für dich. Hier. Und wenn wir schon dabei sind. Hier und hier. Und hier. Und hier. Ah, du kannst... Du kannst dich nicht mehr ertragen, aber du hast viel... Du hast viel übernommen. Das find ich super. Gut. Okay, wir... Wir speichern nochmal, denn wir wissen ja nie, was noch auf uns wartet hier. Noch ein bisschen Munition. Ja, es lohnt sich, das genaue Hinschauen, meine Lieben. Es lohnt sich. Kampfgewehr, das kannst du behalten. Auch wenn es super ist. Wir müssen ein bisschen aufs Gewicht achten. Ich war das. Oh, verdammt. Das ist ja... Oh, das ist ja alles voll. Okay. Das ist hier. Es ist alles voll. Wir bleiben auf Distanz. Wie nennt man das so schön? Fernkommunikation. Du Sack! Du Sack. Komm schon. Gut. Einer weniger. Verdammt! Habt ihr das gesehen? Ich sah sie noch. Ich sah sie noch fliegen kommen. Die Mini-Atombombe. Okay, gut. Wir bleiben hier auf Distanz, Leute. Wir bleiben auf Distanz. Gut, haben wir gespeichert. Okay, wartet. Äh, first things first. Inventar, Hilfsmittel. Redex. Red away. Gut. Dann nehmen wir hier die Lasermuskete. Und dann sehen wir uns dort oben mal an, wer... Wer das gewesen sein dürfte. Was tut das hier, mein Freund. Okay, anvisieren. Okay. Okay, warten. Geduld. Geduld, meine Freunde. Geduld. Verdammt nochmal. Ich dachte, das wäre jetzt... Das wäre es jetzt gewesen. Naja. Okay. Wo bist du? Hier. Könntest du aufhören, dich zu bewegen? Okay. Ach, verdammt nochmal. Okay, jetzt hat der uns gesehen. Verdammt. War das wirklich der eine... Die eine Drehung zu wenig? Okay. Der Runner wird das erledigen. Richtig. Warte. Können wir hier durchschießen? Ist er das überhaupt? Nein. Richtig. Oder ist das wirklich? Nee. Das ist... War das eine Beleidigung gegen mich? Sehr schön. Sehr gut. Was zur... Ist der runtergefahren? Naja. Okay. Gut. Wartet. Wir speichern nochmals. Falls hier der Typ wieder... Sein Fatman rausholt. Bewegt sich hier was? Nein. Gut. Okay. Holy moly. Holy moly. Okay. Gut. Du bist immer noch in Deckung. Ah. Ich seh dich. Ich seh dich. Ich seh dich, mein Lieber. Hier. Wie konnte ich den nicht treffen? Worauf schießt überhaupt der Runner? Worauf schießt der Runner denn? Ich mach das so schmerzvoll wie Müffel. Okay. Das klingt nicht nett, Mr. Runner. Wenn wir das nicht sein brauchen. Ich bin immer noch nervös wegen des Fatman-Typen. Ich sag euch, wie es ist. Ich sag euch, wie es ist. Verdammt nochmal. Okay. Das ist nicht ideal. Das war nicht die Idee. Nein. Verdammt nochmal. Wie dumm kann man sein? Ah. Kommt... Kommen wir hier nicht hoch? Doch. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Äh. Hallo? Wo ist... Wo ist meine Waffe? Was zur... Ich hab ein... Technisches Problem, wie es scheint. Okay, gut. Okay, gut. Es ist wieder... Es ist wieder hoch. Okay, gut. Also, wo ist jetzt... Wo ist jetzt diese... Diese Nummer hier? Okay. Okay. Wo... Wo gehst du lang? Hier. Ich seh dich doch. Okay, gut. Okay. Leute. Wir nennen es einen Part. Im nächsten Part geht's weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Und tschö. Bis zum nächsten Part. Bis zum nächsten Part. Bis zum nächsten Part.